So, gehen wir, tun wir was. Ja. So, hallo Welt. Hallihallo. Herzlich willkommen bei uns am Bratort. Wir sind die Grillinspektoren und wollen euch zeigen, wie wir so grillen. Ich bin der Daniel. Christian. Schön, dass ihr dabei seid. Oh ja. Genau. Und ich bin über 20 Jahre grillverliebt und wir machen jetzt eine Hühnerbrust mit einem Spargelsalat, einem Zitronenpfeffer und einem gebratenen grünen Spargel. So, wir nehmen dazu jetzt einmal unser Hühnerbrust. Den wir jetzt einmal würzen mit Salz. Und ein bisschen Zitronenpfeffer. Zitronenpfeffer geben wir nachher drauf, weil der verbrennt uns sonst. Und wir geben da jetzt einmal schön drauf. Mit einem Salt. Das Innenfilet schneiden wir dann weg. Ja, der feine Herr lässt man ein, oder? Und selber selber drehen. Haben wir lange genug. Wir haben es sehr lange selber gedreht. Die Filets schneiden wir weg. Die können wir dann noch viel was anderes verwenden. Dann machen wir dann irgendwann einmal irgendein Leihwandes Ragout aus dem Tatschofen. Und wenn wir die Hühnerbrust dann so haben, schneiden wir da dann noch das Fette weg, weil das ist nachher am Teller einfach nicht lecker. Das ist immer das, wo man so lange drauf rumkaut, oder? Richtig, Kaugummi. Nein, schmeckt einfach nicht gut. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja nur geile Sachen am Teller haben. Und dann gehen wir da her, am dicksten, auf der dicksten Stelle von der Brust. Und fahren da mit dem Messer ganz vorsichtig, aber oben auf dem Fleisch, entlang da rein. Und somit haben wir unsere Tasche für den grünen Spargel, mit der wir das Ganze jetzt erfüllen werden. Siehst du das? Ja. Siehst du das, Teutscher? Ich bin sehr fasziniert. Oh, hier. So. Wie geht das? Den grünen Spargel. Dann machen wir ganz leicht da mit einer Limette. Ein bisschen groben Meersalz, dass es nicht so schnell aufgeht. Das ist normales Salz, saugt sich sofort ins Fleisch hinein. Und das braucht ein bisschen, bis er das auflöst. Es geht meistens so bei 80, 90 Grad. Dann stellen wir ein bisschen ein Bädersil. Dann können wir das Ganze drüber schön marinieren. Bevor wir das natürlich dann füllen. Jetzt nehmen wir den Spargel. Und gehen mit dem Spargel schön vorsichtig. Vorsichtig ist gut. Jetzt. In die Hühnerbrust rein. Der Spargel ist ganz leicht vorblaschiert. Das heißt, der ist ein bisschen angekocht worden. Circa eine Minute. Ich habe dazu auch Weinsteinbackpulver verwendet. Damit man die Farbe nicht verliert. Das heißt, die Farbe bleibt schön grün. Und verliert keine Farbe. Das ist das Weinsteinbackpulver. Perfekte Geschichte. So. Sie sind ja. Tricks. Schauen wir mal beim Grill. Ich habe da meinen 640er LX. Der ist perfekt. Da kommen wir dann schön auf drei Zonen grün. Ich habe da herüber die kalte Zone. Da am Seergrate herüber werden wir die Hühnerbrust jetzt schön anbraten. Geben wir ihm ein schönes Geschmack, schöne Geschmacksaromen. Und da legen wir das Ganze jetzt einmal drauf. Zuerst gehen wir mit der Zwiebel drauf. Machen das Ganze antiseptisch. Und dann legen wir die Hühnerbrust schön auf unser Seergrate drauf. Dann gehe ich her. Ich tue das Ganze mit einem Zitronenpfeffer abwürzen. Und jetzt lassen wir das da oben zwei Minuten legen. Zwei Minuten? Das geht ja dann. Circa zwei Minuten, dass wir ein schönes Branding drauf haben. Dass dieser Grillrost, der da drauf liegt, dieses Seergrate, hat so ein X-Muster. Und somit haben wir da oben einfach ein ganz, ganz schönes Grillmuster. Schaut geil aus und schmeckt gut. Du siehst? Aquaplaning ist da. Mir leuchtet schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Schau ich ja gerade. So meine Lieben, jetzt tun wir dann gleich weiter. Wir werden jetzt, während die Hühnerbrust da drauf liegt, einfach einmal mit unserem Spargelsalat aufhauen. Dazu haben wir da einen weißen Spargel. Den werden wir jetzt schneiden. Und zwar in ganz kleine, dünne Scheiben. Seht ihr das? Die Spargelspitzen lassen wir sie über. Das Ganze machen wir von drei Spargel in weiß und von drei Spargel in grün. Den grünen Spargel kann man vorkochen. Ich habe das Ganze auch gemacht. Ich habe ihn leicht anblaschiert. Wie ich vorher gerade gesagt habe, ein bisschen Weinsteinbackpulver und der weiße, der gelbe Spargel. Die ist einfach nur ganz normal angekocht worden mit ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker. Einfach drei Minuten circa ein bisschen köcheln lassen. Dann ist er so leicht knackig, hat einen schönen Biss. Und der Spargel wird erst ab diesem, da schaut es her, circa ab da wird der Spargel geschält. Und wir haben circa zwei Zentimeter weggeschnitten oder ein Zentimeter kommt immer auf die Frische vom Spargel an. Wir haben eine super Qualität gehabt. Das wollte ich gerade sagen. Jetzt möchte ich dir einmal kurz Danke sagen an einen Kana-Alex. Den stehen wir euch noch vor. Der hat eine so supergeile Firma. Das ist die da. Oder die da. Oder die da. Oder die da. Oder die da. Ist es die da? Ja. Meistens ist sie nie da. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Den stehen wir euch noch vor. Das ist der, der uns immer die super Qualität daherbringt. Das möchte ich dir ganz klar sagen. Also ohne Alex wird es ganz schön unfrisch vom Gemüse her. Das ist, glaube ich, eh das Wichtigste beim Kochen. Irgendwie, dass man eine gescheite Qualität hat. Ist richtig. Absolut. Also ohne Qualität geht gar nichts. Und das ist für uns natürlich das Wichtigste. Um so besser Qualität das Soß, um so mehr taugt es. So, wir gehen jetzt einmal her. Und dann den Spargel mit ein bisschen Mettensaft anwürzen. Ein bisschen Maltonsalz. Was für ein Salz ist das? Maltonsalz. Maltonsalz sind Salzkristalle, die glassiert sind und diese bei 80, 90 Grad erst dann am Grill gut auflösen. Ist ein ziemlich gutes Salz, weil wenn man das jetzt zum Beispiel einwürzt. Wir haben es jetzt beim Händl, haben wir es jetzt ein bisschen ganz leicht nur eingewürzt damit, mit dem feinen, mit dem Chilisalz. So bleibt es natürlich auch viel weniger kleben am Grill. So, okay. Also Salz ist scheinbar auch eine Wissenschaft für sich, nicht wahr? Also da gibt es ja diese unterschiedlichsten Salze. Ja, natürlich. Das finde ich aber super. Ich finde es super, dass es so viel Salz gibt. Es gibt natürlich Salze, die kein Mensch braucht. Aber natürlich, wie das halt überall so ist. So, dann schauen wir mal zu unserem Griller. Wie es der Händlbrust geht. Braucht ein bisschen. Schaut schon nicht schlecht aus. So, in der Zwischenzeit erkläre ich einmal ganz kurz die Senfdressing, die wir da gemacht haben. Mir schmeckt der Spargel, der Spargelsalat immer sehr, sehr gut, wenn man das Ganze mit einem Senfdressing macht. Senfdressing, das heißt, ein Esslöffel Mayonnaise, ein Esslöffel Senf, ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer. Und zusätzlich dann noch mit Olivenöl schön aufgeschlagen, dass das ein schön cremiges, konstantes Dressing wird. Seht ihr das? Das ist wirklich, wirklich lecker und so universal eigentlich zu allem einsetzbar. Dann noch mit ein bisschen Petersilie dazu. Schmeckt das wirklich, wirklich lecker. Dann haben wir da einen kleinen. Wie wir vorher gerade den grünen Spargel gewürzt haben damit. So schaut das jetzt auch aus. Und das brauchen wir nachher noch für unseren Spargelsalat. Was sagst du dazu? Ich kenne mich nicht aus. Ich habe mich eben nur gefragt, wie lange braucht man eigentlich mit dem Messer, dass man das so drauf hat, ohne sich die Finger abzuschneiden. Oder gehört das zur Kochausbildung mit dazu, dass man sich mal ordentlich in die Finger schneidet? Ja, sicher. Ich glaube, es gibt keine, die es in die Finger geschnitten hat. Aber das ist wie Schuchbandel binden. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das lernen Sie da und irgendwann kannst du es dann. So, dann tun wir jetzt ein bisschen Butter drüber. Und jetzt gehen wir mit dem Zitronenpfeffer drauf. Da kriegt der Spargel schon eine schöne Farbe. Seht ihr es da? Aber er ist trotzdem noch schön grün, weil wir eben das Weinsteinbackpulver genommen haben. Das machen wir jetzt wieder zur für zwei Minuten. Dann legen wir es auf die indirekte, auf die kalte Zone um. Dann in den Kernfühler reinstecken. Und dann werden wir das Ganze 74 Grad Kerntemperatur garen, dass das in der Mitte noch nicht so trocken ist, sondern noch leicht glasig ist. Dann werden wir das Ganze mit Spargelsalat anrichten. Und vorher tun wir noch ein bisschen Spargel grillen. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe da so ein super schönes Geschirrl von meiner Tochter. Da tun wir den Spargel da mitten auseinanderschneiden. Einmal einen dritten, oder? Wer kommt denn noch zum Essen? Du und ich, wir zwei. So, dann werden wir das wieder abwürzen. Mit unserem Salz. Da nehmen wir jetzt ein bisschen Butter. Und da gibt es dann ein bisschen Pfeffer drauf. Und jetzt schauen wir mal, wie unsere Händelbrust schon ausschaut. Das schaut schon sehr gut aus. Da hervorkommt schon das Eiweiß raus. Das heißt, wir nehmen das Ganze. Und legen es auf die indirekte Zone. Und dann nehmen wir den Temperaturfühler. Das stecken wir schön da rein. Schön im Verlauf vom Spargel in das dicke Fleisch rein. Und dann sehen wir uns das auf 74 Grad. So, liebe Green-Forende. Jetzt tun wir da weiter. Jetzt nehmen wir den Spargel. Und legen ihn da dazu. So kriegen wir ein schönes Branding vom Grillrost. Und durch das Branding natürlich einen super guten Geschmack. Oh, wie schön. Ein bisschen Schnittlauchblüten, die haben wir da noch drauf. Das hat so einen Crunch-Effekt. So Schnittlauchblüten. Wir haben halt das große Glück, dass wir sowas im Gartel haben. Das schlingt natürlich mörderisch. Cool. So, jetzt haben wir das Ganze noch ein bisschen verrieren. Und dann gehen wir schon ein Seingemachte. Das ist ein Seingemachte. Was wir vielleicht noch kurz erzählen sollten. Den Grill haben wir uns auf 250 Grad aufgeheizt. Das heißt, wir haben Innenraum-Gartemperatur herum, am Kern-Temperatur, am Thermometer, haben wir ca. 230, 200, 250 Grad. Das ist eigentlich eine super optimale Temperatur am Grillrost, dass man die schönen Grillstreifen kriegt. Das heißt, das ist ein Römer, wo das Hähnchen jetzt gerade liegt, kann ich ruhen und kann es ganz langsam und ganz geschmeidig auf die Kerntemperatur ziehen. Das ist total wichtig, dass das Hähnchen schon saftig bleibt. Also, ich bin grillverliebt. Ich bin grillverliebt auf jeden Fall. Grillverliebt? Ja, natürlich. Also, wenn ich den Grill schon sehe, da... Da kannst du alles machen drauf. Aber das werden wir natürlich auch noch machen. Also, wir werden die Breite total ausnutzen. Schauen wir mal. Den schreien wir nachher in einem Grill, oder? Jetzt schauen wir da mal. Herrlich. Also, du sagst, es gibt nichts, was nicht am Grill geht? Nein. Ein guter Grill mit mindestens drei Zonen ist die perfekte Outdoor-Küche. Die perfekte Outdoor-Küche, es gibt nichts. Das Wichtige ist, dass du drei Zonen hast, dass du drei verschiedene Zonen einstellen kannst. Die warme, die heiße und die kalte Zone. Weil eben ein Fleisch gewisse Temperaturzonen braucht. Das ist halt ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig beim Grillen. Alles darunter, da geht der Spaß verloren. Aber sobald er drei Zonen hat, sprich drei Flammen, passt das super gut. So, jetzt schauen wir da nochmal. Wie viel Grad haben wir da? 62. Gut aus. Dann werden wir uns einmal Tellerchen nehmen. Genauer gesagt, Bier. Wer hat das ein Bier stehen gelassen? Hast du glücklich? Schleichwerbung. Danke, Alex. So, dazu werden wir heute. Ich mag das so gern, wenn man ein bisschen Saucen hat oder so ein bisschen Cremes dazu hat. Ich habe mich heute für eine Variante entschieden, die zum Händler einfach super passt. Zum Spargel soll das super passt. Das ist halt einfach einmal die Barbecue-Soße, die immer geht, oder? Barbecue-Soße gehört zum Grillen dazu. Geht immer, oder? Man soll nicht übertreiben, aber geht immer. Immer. Oh ja. Also Barbecue-Soße, selbst gemacht. Vielleicht machen wir gemeinsam eine Barbecue-Soße. Vielleicht. Aber der Bundesdeutsche braucht man auch die Currywurst. Curry-Ketchup. Okay, back to der Kräutersauce, Kräutercreme. Da haben wir Kräutercreme gemacht. Da drinnen ist Basilikum, da drinnen ist Petersil, da drinnen ist ein bisschen Radieschenabrieb. Das Ganze ist ein bisschen weichgekocht worden, eben in einem siedenten Wasser. Dann ist das ganz fein berührt worden, mit Mayonnaise und Olivenmüll aufgerührt. Und dann durch ein Sieb gestrichen, dass wir es wirklich ganz fein haben. So haben wir die Schärfe vom Radieschen drinnen, den Mega-Geschmack von den Kräutern. Und die Mayonnaise macht es so ein bisschen sämig. Was ich einfach super finde, weil eben die verschiedenen Texturen vom Spargel-Salat, wo man was Knackiges drinnen hat, die Hühnerbrust ist schön am Punkt, ganz weich gegart ist. Aber da noch schön saftig und dann noch so eine tonangebende Basilikum-Kräutersauce. Das ist echt eine feine Sache. Und ich mag das voll und so werden wir heute aufrichten. Aber wieviel Grad sind wir denn schon? 65. Okay, läuft. Ein bisschen wird es noch dauern, gell? Aber wir werden uns jetzt den Spargel einmal anziehen. Ich zeige euch das einmal an. Einfach herrlich. Herrlich einfach. Ja, gehört dazu, ne? Nein. Das geht mir immer so. Wenn ihr euch das einmal anschaut. Violette Kräse, Shiso Kräse, Kostumme Kräse. Schmeckt mega. Und das ist eine Erbsenkräse. Was schmeckt denn? Wie ist es denn? Shiso? Shiso. Shiso. Schmeckt so ein bisschen, hat es ein bisschen was Erdiges, ein bodenständiges, aber doch ein bisschen interessant, oder? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt? Die Erbsenkräse. Die Erbsenkräse? Schaut aus wie so ein kleines Erbsenstauderl. Ja. Das ist echt eine mega Geschichte. Achtung, die Chris-Cam geht auf Selfie-Mode hier. Das sind so Kleinigkeiten, die halt so ein Gericht ein bisschen unterstützen. Die Erbsenkräse. Kriegt man mittlerweile ja überall. Ja. Das kriegst du wirklich in jedem Geschäft. Da isst man mehr bei der Kresse halt, also von der Geschmacksrichtung. Ja, genau. Aber du wirst das dann sehen, wenn man das gemeinsam isst, mit der Kräuterkrämme, mit der Shiso, mit der Erbsenkräse und mit der Barbecue-Sauce. Ich schluck's kaum mehr. Zungen-Akua-Blading ist da, verstehst du? Ich sieh's da. Ich sieh's schon wieder. Ich kann schon wieder nicht mehr halten hier. Dann wollen wir mich anrichten. Fangen wir mal ganz klar bei so an. Das Sternbild des Daniel. Das Auge isst mit. Natürlich. Wir sind grillverliebt. Das ist immer ganz wichtig. Sogar meine Tochter. Für meine Tochter isst schon ganz wichtig, dass das immer schön angerichtet ist. Ja, gut sei, dass es sorglich ist wegen dem Papa. So, die Söwe machen wir dann da herüben. Und dann? Bohe. 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 Da, da. So, das Hintal ist fertig. What a timing. So, und jetzt kommt das Wichtigste, oder eigentlich das Zweitwichtigste, das ist unser Spargel-Salat. Der Spargel-Salat, ja, da bist du. Das ist unser Spargel-Salat. Und jetzt kommt das Hähnterl. Kein Temperaturfühler, nicht mehr, außer. Mega. Den tun wir dabei am Warteplatz. Jetzt ziehen wir das Hähnterl noch ein wenig ab. Dann gehen wir gleich her und tun es gleich mal ein bisschen aufschneiden, die Geschicht. Was glaubst du, wie schaut es Ihnen aus? Christian? Wie soll es ausschauen? Also ich schätze mal, so wie ich dich kenne, schaut es perfekt aus. Lecker! 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 Look at this! Alter Falter! Alter Falter! So. Hat irgendwer auf die Uhr geschaut? Dienert! So, meine Lieben, jetzt geben wir noch ein bisschen Spargelspixen drauf, die wir ja mit unseren Schnittlauchblüten veredelt haben. Der, was jetzt keine Schnittlauchblüten daheim hat, schneid einfach vielleicht ein bisschen Schnittlauch drauf. Wichtig ist, dass man ein bisschen das Schärferl drinnen hat und dann ist das eigentlich schon wirklich eine super Sache. Also ich finde, das ist ein richtig schönes Gericht mit Zutaten, die wirklich jeder daheim hat oder nicht so wie wir unbedingt gleich regional hat, weil wir versuchen immer alles regional zu machen. Aber eine gute Händelbrust kriegt man heute schon bei jedem guten Fleischhacker und bei wirklichen, die besseren Supermärkte. Spargel, wie gesagt, ist noch immer erhältlich, kriegt man momentan noch überall. Ich finde das ein super Gericht, ich hoffe, es hat euch getaugt und ja, wir werden das Ganze jetzt einmal verkosten und wenn ihr irgendwelche Ideen habt für die nächsten Gerichte, was wir vielleicht einmal kochen können, dann lasst uns das Ganze wissen, schreibt uns einfach und ich werde mich bemühen mit Christian, dass wir wieder was Schönes auf die Teller zaubern. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer einen guten Appetit für die Soße, einen guten Appetit für Christian. Also wir lassen uns jetzt schmecken, ne? Selbstverständlich. Ja, und wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert den Kanal und macht die Glocke da oben an, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Ganz wichtig. Wir sind grillverliebt, auf jeden Fall und ihr bald auch hoffentlich, ne? Grillverliebt. Bis bald, meine Lieben. Ciao. Ciao. Das war ganz ehrlich. Daniel, mega. Habe das Hedl gewusst hat? Und wenn das Hedl gewusst hat? Was wir da draus machen? Was freiwillig. Was freiwillig gibt. In den Freidunz. Biu-Boi in die Küche zu zocken!